Warum sträuben, sträuben, keine Ahnung, die ist nicht so sehr gegen den Minenausbau, als wäre das so für Arbeit, entschuldige, ich hab den nicht gesehen. Okay, alle sind gegen den Minenbau, alles klar. So, was ist denn das hier? Was ist das für ein Haus hier eigentlich? Entschuldigung, FBI? Nach von Käfer, nach von Käfer. Hast du es gefunden? Nice! Aber wie viel Stück? Zwei, ne? Zwei, glaube ich. Ich kann ja mal gucken, wen gehörte in das Haus. Rias? Oh, ich hab Rias Haus gefunden. Ich brauch zwei. Und wir brauchen nur noch Blech und Nase und, ja, Blech. Also Rias Haus ist hinter dem Rathaus. Wir brauchen Weile. Weile? Wo wohnt denn Rosmarie? Wo gibt's denn Weile? Rosmarie? Wo bist du? Ja, hier ist Rosmaries Haus. Ich komm mal rein. Oh Gott, ich wandert. Was? Okay, aber die hat ein sehr schönes Doppelbett. Warte, was? Äh, ich komm die Treppe nicht mal runter. Hilfe. Hallo? Hilfe! Ich komm die Treppe einfach nicht mehr runter. So, und Seile bezüglich deiner Frage. Vielleicht bei Alicia? Weil die doch da so ein Handwerker dran ist. Ich bin grad bei Life, aber da gibt's das nicht. Ich komm mal bei bei Ja, ich lass dich wissen. Natürlich doch, wenn du die Ja, du Aber ich find deine gelben Socken nicht Haut's einfach ab. Rias, oh je. Weißt du, was ich wirklich dringend brauche? Onigree. Das ist das, was du ja sagtest. Was ist denn das? Da ist ein Wo du Viel Glück bei der Suche. Da, da ist Essen Okay. Ist egal welches Essen, oder wo kriegt man das? Oh, oh, rigiri. Oh, nigiri. Da ist Essen. Da kannst du nicht kaufen, da musst du selbst herstellen. Okay. Wie kann man denn Weile herstellen? Vor allem, wie wusstest du, dass ich sofort schon nur straks im Laden war? Weilfaun. Okay. Ich brauch aber keine Weilfaun, ich brauch Weile. Pilzrisotto, nachspeisen. Okay. Äh, Onigiri. Wenn ich Gesundheit Suche. Da es ja Essen ist, müsste man das ja finden. Onigiri. Findet er nicht. Ich brauch ein Rezept wahrscheinlich. Also braucht man eine Blaupause für, okay. Rezept. Naja, Rezept, Blaupause, ja. Gibt es keine... Guck mal, wo es keine Weile gibt. Per Google. Google, unser Freund und Helfer. Stuck, 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 Stuckfe, Weile. Warum bin ich jetzt einfach schnuschtracks ins Bürgermeisterhaus gelaufen? Ja, ich bin komplett los. So. Ich kann ja mal... Ich kann ja mal... Brauchst du noch einen Nashornkäfer oder hast du davon zwei jetzt, oder? Hä? Brauchst du noch einen Nashornkäfer? Ich hab schon zwei. Okay, gut. Dann nehm ich das Netz hier als Reserve erstmal. Äh... Ich nehm mal das Holz... Jopp. Ich komm wieder. Bis gleich, bis gleich. Bis gleich, bis gleich. Währenddessen. Das Holz müsste doch schon fertig sein, wenn es nur das Tier mal noch offen hält. So. 868 zu edlem Bauholz. Bitteschön. Geh mal hier rein. Wie schnell wächst das Fell bitte nach? Bei Barney. Das ist ja unglaublich, oder? Ich hab das wieder vergessen. Ich kann noch mal scheren, das ist... Wie oft kann ich dich denn scheren? Du wächst so schnell. Oder ich hab's einfach vergessen. So. Milch. Äh, von Mu und Nemo. 4, 5. Geh mal weg da. Und 5. Okay. Gießen muss er ja nicht. Regnet ja. Das ist super. So. Rocky. Guckt auf Bocky. Machen wir mal so. Einmal roh. Lauf mal schneller. So. Snuhchen. Bist ja immer noch hier. So. Guck mal rein hier. Du blockierst ja die Tür da. Na, kommst du? Ja. Habt ihr überhaupt noch was zu naschen? Ja, habt ihr. Äh. Wann ist das nochmal? 29. 30. Okay. Haben wir hier wirklich keine Socken eingelagert schon? Ich hatte die blauen Socken ja hier unten. Ein Schutz. Ach, das ist der Helm von eben. Aber hier ist Pilz drin. Pilz. Tomat muss ich noch reinpacken. So. Pilz. Brauner Pilz. Was ist der hier oben noch? Ja. Pack ich den einfach da hin. Okay. Don. Holzfäld. Ah, dass das Holzfälder ein von ihm. Ah, okay. Ah, okay. Hier hat er die andere Dings reingepackt. Andere, hm. Ah, der hab ich für Melkmaschinen. Wir haben. Lul. So. Äh. Tomatos. Die würde ich tatsächlich... schon mal schnibbeli, schnipp, schnipp. Und dann müssen wir gleich pennen. Na, Snowrocki. Und noch einmal bitte. Gehackte Tomaten. Okay. Die Rezepte waren... Hier, glaub ich, ne? Was ist mit Tomate schneiden? Cool, geht nicht. Gibt es irgendwas nur mit Tomate oder so? Tomatensuppe theoretisch. Milch. Milch müssten wir noch haben, ne? Tomate schneiden und dann beides kochen. Kochen haben wir. Ich sollte ja auch mal hier auf X drücken. So. Milch. Ja. Milch und Tomatos. Oh Gott. Oh, das ist mich gerade erschrocken. Sorry. Alles gut. So, Milch und Tomate. Ich versuche jetzt gerade Tomatensuppe herzustellen. Okay. Oh, Tatsache, das geht. Ja. Zwei Tomatensuppen kann ich machen. Ja. Oh, die sieht aber wirklich lecker aus. Erfolgfrei gescheite kochende Suppe. Raub is a purchaseable building resource found in the building store. Shipping Catalog. Shipping Catalog. You can buy it. You can buy it. Wir müssen gleich schlafen. Aber wo kann ich den kaufen? Bei live vielleicht? Da gibt's doch Katalogen. Äh. Building store. Was ist ein Building store? Alisa. Alisa, okay. Jetzt glaube ich nur strax zu Alisa, okay. Ich hätte jetzt gedacht, live oder Alisa. Ich bin ja in Alisa und ich finde das nicht. 448. Nice. Für zwei Tomatensuppen. Nee, blöd oder was? Ich gehe nicht nach oben, wie ich das gefunden habe. Nägel. Metall. Stoff. Kabel. Riegel. Weil. Hinweis. Wo? Dann kann ich gleich mal mitgucken. Na oben. Nice. So. Wie viel Bräu? Bevor ich irgendwas anderes mache. Ich gehe schon mal nach Hause, derweil. Kröderberg. Ich brauche dann noch Blech. Blech. Zwei Weile, okay. Dann habe ich ein bisschen übergefeuert, aber. Naja, aber lieber ein bisschen mehr als zu wenig, ne? Ich sehe was. Vom Aufwammeln. Herr damit. Nice. Und ich gehe schon mal langsam pennen. Ja auch. Die Milch kann da bleiben. Da nehme ich noch. Alter, die, die, die Lichter, die ich mitgenommen hatte, leuchten richtig doll. Die übertrieben, ja. Ich mache nochmal einmal Suppe. Ich habe ja noch eine gehackte. So. Krach gehackt. Eine gehackte Tomate vom Schneider. Guck hier, Tomatensuppe. Kannst du dir mal einmal kurz angucken, wenn die fertig ist. Hier ist, so sieht sie aus. Okay. Cool, ne? Die Milch lasse ich jetzt einfach da drauf stehen, weil Tomaten pflanze ich jetzt eh. Und währenddessen gucke ich nach nach Blech. Jop. Wir kurz mal gucken, wie spät das ist. Wir haben 14 Uhr 32, ne? Stimmt das? Aha. Lange ist tatsächlich nicht mehr. Aber, okay. Ich mache mal kurz hier einen Kast.